so und wir bewegen uns jetzt erstmal über evrensiki richtung linke hand ist jetzt das touristische zentrum von kumke hier auf der linken seite ist unser leihwagen mensch rechts haben wir ein mikros da kann man auch mal schön einkaufen wenn man irgendwelche kleinigkeiten haben möchte so und jetzt sind wir in evrensiki was ja vielen auch vom urlaub bekannt sein wird so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Links von uns kurz vor Gündudo noch ein Migros. Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun kommen wir nach Gündudo. Und nun kommen wir nach Gündudo, der Shopping-Bereich. Hier kann man auch schön reinkaufen. Und nun kommen wir nach Gündudo. Und hier endet nun der küstennahen Bereich im Raum Siede, wo man seinen Urlaub verbringen kann. Und hier endet nun kommen wir nach Gündudo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017